Das Lokal ist einfach freundlich, sehr schönes Ambiente, man fühlt sich zu Hause, ist angenehm, sehr gutes Indisches Essen. Der Lokal ist immer krampelvoll, immer gut besucht, ist sympathisch, man kann gutes Indisches Essen. Gute Stimmung, man fühlt sich zu Hause. Gute Stimmung, man fühlt sich zu Hause, ich bin hier Stammgast seit mehr als zwölf Jahren. Also wenn ich Ihnen ein gutes Lokal in Isberlin empfehlen müsste, würde ich Ihnen ohne weiteres dieses Lokal empfehlen. Hier kann man indisch und italienisch essen. Ich kenne Herrn Singer nun schon ein paar Jahre, die man, wenn man nicht weiß, was man hier essen soll, jederzeit vertrauen kann. Das war's. Das war's.